So Leute, jetzt willkommen zu einer kleinen Runde Play-Anon's Battlegrounds. ZALAKU! Jetzt machen wir ganz viel Spaß, Spaß, Spaß. H1Z1, Battlegrounds. Ha ha ha, tolle Leute. Erangel-Visual-Update. Oh ho! Ja krass, Steam. Sagst du, die Mechs töten dich immer oder was? Ja, zur Zeit läuft nicht. So jetzt habe ich mir meine alten Videos angeguckt. So weißt du, damals, du und ich aller. Apollo und Heno Balboa. Du misst die Zeit, man. War krass so, ne? War krass. Guck mal, und heute fliegst du nach Südkorea und vertrittst da Deutschland, Allah. Und ich, ne, New York, so auch. Led by a hand of blood from Germany. They competed on a four minute apocalyptic map where they had to survive. So not really a surprise to see Svenos, Carnifex and Alex JJ there, because there are veterans. Also wir sind halt, was aus uns geworden ist im Battle Royale Cosmos, ne? Wirklich, wirklich, ja. Krasse Maschinen, so. Unsere Earnings. Guck mal, wir gehen hier, äh, in das Dreistückige und machen bisschen Spider-Man so über die Dächer. Guck mal, Synchron hier, ohne Absprache. Ich finde es lieb wie früher. Ja? Einer ist im ersten Teil gelandet, nicht ich. Okay. Oh, hier Schoppy, den nehme ich mal. Osten hier ist deine. Oh, der kommt hier close to step. Was ist denn bei dir los, Mensch? Äh, hier ist einer drin. Im südlichen Gebäude. Scheiße, hat der mir einen reingelömmelt. Hab ihn. Ich brauch Heilung. Einer ist im Gebäude rechts rum. Hier, hier ist Heilung. Bei mir ist Heilung. Bei mir ist Heilung. Hab ihn noch. Aber ich komm zu dir, ich bin rück, gleich. Rein, 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 rein. Hier. Grüß dich. Doch, doch für dich. Heere, heere. Brauchst du Energy? Äh, ja. Ach's. Du musst ja besser. Na klar, komm. Hau dir einen rein. Hab ihn. Guck mal. Bin übel fickrig. Komm, rein, lass. Chris, 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 Chris. Lass die f***. Also vor uns? Einer oben? Hab einen noch. Der andere hat Hits. Lass über die Dächer. Komm, komm. Ja, ja, ja. Wir springen doch rüber wie Spiderman, Mann. Das ist ein Bad. Das ist ein Bad. Hab einen. Der hat nicht noch. Nein. Wo ist er? Oben, 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 oben. Da kommt jetzt die Treppe. Hab ihn. Mann, Alter, du bist so krass. Das ist, das ist. Du bist so krass, Mann. Mann, ja, ohne Bauen und Makes und so. Oh, ich bin bereit, Chris. Boah, die Grafik, ne? Von der Map. Ja, übel. Heftig, ne? Haben sie überarbeitet, ne? Ja, haben sie überarbeitet. Das sieht man. Guck mal hier, er zieht durch. So, sind die welche? Ich fahr da grad über, vor uns auf die Brücke. Ja, 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 ja. Wollen wir, wollen wir so wie früher einfach die Brücke campen? Na klar. Alter, hier, ne? Dieses mediterrane Klima. Guck mal hier, das ist krass. Ich laufe! Ich seh leider nicht von wo. Oh mein Gott. Die waren direkt auf unserer Seite schon. Ja, ja. Da mach ich so ne Vorarbeit. Jetzt machen wir gleich ne Runde, wo du 38 Kills hast und ich null. Und alle sagen wieder, ich bin der Kackspast. Ne, ist halt mein Leben. Ich hab heute auch schon so saftige Snipes hingelegt, ne? Können die Snipes sehen? Aber die Aufnahme davor, die war richtig scheiße, oder wie? Ja, ich hatte jetzt drei Stunden mit Christo aufgenommen, Splatterman. Da hab ich richtig kranke Kills gemacht. Hab ihn. Hab einen. aaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Die rechts. Ab einen. Einer noch, einer noch, einer noch. Intens. Ab einen. Hier ist einer im Haus. Der geht die Treppe hoch. Ab ihn, hier oben. Ah! Lauf doch! Bist du komplett... Das ist das Traurigste, was ich je gesehen hab. Hab eins. Hab ihn. Nice. Fuck! Hab eins. Ist noch einer, ist noch einer, ist noch einer. Hab ihn. Hab ihn. Dann hab ich jetzt ein, zwei Runden mit Kall aufgenommen. Lief nicht. Alter. Alter hier, äh... Bist du der Reaktor hier, äh, Dings? Ja, ich seh das, der ist komplett im Arsch. Wow, die Grafik, ne? Mit dem Lensflare so. Ja, guck mal in die Sonne, Alter. Das spiegelt aber richtig die Lensflare. Alter, wie krass sieht die Map aus! Wow! So, ich zeig dir jetzt richtig krasse Mechanik. Pass mal auf. Hoch, hoch, hoch! Schnell! Zugriff! Okay. Boah, du machst doch richtig Zugriff. Oh, hier unten drin! Oh mein Gott! Der hab mich gesehen! Echt? Pass auf, dass der nicht raus springt. Oh, du hast den geholt! Du Esel, Mann! Ah, 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 ah! Oh, lol! Okay, das war... Hä? Von wo denn? Von der Ferne. Irgendwie SKS. Alter! Hint auf Blatt! Das ist nur ausgenockt, ne? Was auf... Ah! Oh! 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 Geil! Ja, und jetzt halt... Weißt du... Aber so in etwa... Was... Waren die anderen Runden auch so? Ich war sehr gut durch, aber dann fehlt so das Quintessenz... Äh, die Quintessenz Glück. So, gehen wir... auf jeden linke Seite, oder? Ja! Oh! Da kommt auch sofort, glaube ich, ein Team mit. Ich renne mal hinterher, hier. Hab ein... Oh, du hast den. Schön! Kommst du noch aufs Dach benannt? Pass auf! Ich hab das nur in der Kontrolle, Chris. Ja. Jetzt müssen wir einfach nur... Looten wie... Wie die Füchse. Das wird unnormal, diese Runde. Ruhig. Krass. Wir gehen jetzt ganz entspannt in die Zone. Und dann... Chris... Warten wir. Wir warten... in einem dreckigen Kompon. Woah! Du sollst einfach warten, oder? Ja, wir stellen sich einfach in der roten Bude, wa? Okay, Chris. Jetzt beginnt die heiße Phase, ne? Oh! Ja, Gadgar wird gut gelötet, wa? Au, zu! Die, die kommen her. Auf mich wurde noch geschossen, ne? Aus, äh... Süd, Südosten. Ja, Gadgar, Gadgar. Ja, Gadgar, Gadgar. Oh, hier ist einer auf dem Dach. In Gadgar. Das sehe ich. Warte. Wir können jetzt abschießen, wenn du willst. Okay. Warte, jetzt. Schade. 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 Das kommt mal mit, Max. Mhm. Komm mal mit. Geht jetzt los, wa? Lass einfach Gadgar halten, irgendwie. Aber... Ist halt nicht drin, ne? Oh, hier ist ein Roodroop. Einer läuft bei Gadgar grad raus. Und was ist drin? Äh... M249. Mit 3er, weißt du? Ich nehm Gilly. Okay. Einer ist direkt zum Steinmacht. Auf 585. Der läuft. 2 Leute. Smoke. Nice. Wurde von irgendwo gehittet. Fist chill. Ich... Ich kann mich rein. Da wird der... Da wird der... Okay, ja. Oh. Das... Komm mit, komm mit, Max. Ja, ja, ich komm mit, ich komm mit. Ich komm mit, ich komm mit. Alter, was ist das denn für ein Lootroop? Pass auf. Oben auf den Hill. Wir sind gute Spieler. Ja, wir gewinnen das nicht spielen. Wir sind richtig gute Spieler. Ja, ich kenn die. Müsst jetzt hier den Compound halten. Machen wir, Chris. Machen wir. Oben, oben. Aimed. Lass pushen, 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 pushen. Nice, nice, nice. Ich push an. Nice. Alles auf. 155, Max. 155 hinterm Heuballen. Okay. Der letzte, ist der letzte, ist der letzte. Okay, ja, 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 ja. Der ist hier, der ist hier, mein Marker. Auf orange. Ja, okay, der breite Heuballen, ja. Der ganz große dort. Okay, ich gehe über rechts. Der hat mir Headshot gegeben. Ich mache sauf. Der hat mir Headshot gegeben. Ich kann ihn töten, so. Ich habe ihn. Nice, 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 nice. Match vorbei. Boah. Boah. Ha. Ja, es sind einfaches Spiele nach wie vor. Äh, ja, 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 nice. Boah. Ehre. So, Leute. Das war mal wieder zur Abwechslung ein PUBG-Video. Ich muss sagen, ich habe Bock auf mehr bekommen. Das Ganze fand im Rahmen des großen PUBG-Updates statt, wo gerade Erangel 2.0 im Fokus stand. Allerdings ist das nicht das einzige Update. Es gibt auch noch ein paar mehr. Da könnt ihr gerne in der Beschreibung gucken und den passenden Link anklicken. Schaut euch das gerne an. Schaut euch die neue Map an. Gebt PUBG mal wieder einen Versuch. Ist vielleicht gerade ein passender Zeitpunkt. Bis zum nächsten Video. Tschüssi.